Ne, wir kommen ja. Und wir werden nicht nacharbeiten. Ach ja. Ist doch ja gut. Da war der Chef selber auch in der Gruppe fassen. Wir wollen ja noch arbeiten. Ja, und dann... Dann haben wir jetzt in die Schule. Dann habe ich dem Chef dann eine E-Mail geschickt. Von wegen hier so und so. Will nicht mehr. Und ich werde kündigen. Wenn Sie sich so anstellen und auf den Polizeidienst wirklich bestehen. Ich gehe noch nicht morgens auf den Weg zur Arbeit umdrein. Dann fahre ich doch nicht die nächste Woche an, um dann eine Anzeige zu machen. Mein Arbeitgeber... Ja, ich gebe. Und mein Arbeitgeber, der freut sich. Und ja, nein. Ist in Ordnung. Das ist auch noch in dem Rahmen, dass ich da verbringen kann. Und jetzt sagen, das ist alles gut. Wenn ich dann mit dem Polizeidienst, den ich hab, auch da in Dreierwalde, oder Hopsten besser gesagt, Hopsten gebaut worden ist, und gar nicht mach einen Be orochen, Obwohl die Behörden glaubw. Ja. Ja. . Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Vielen Dank.